Hallo und herzlich willkommen zurück zu Modern Minecraft mit dem Christ. Und mit dem Kai. Ja, aber erst mal was knabbern. Und mit dem Kai. Mann, dieses Schweine. So, ich hab hier ein bisschen ausgeleuchtet. Weil der Kai ist in Minecraft fast und ich in Mühle fast. Ahahahahaha. Das ist nicht lustig. Ey Kai, warum ist das nicht lustig? Sollte ich auch nicht lustig sein. Ich bin nicht lustig als wie du. Sag ich sogar keine Frage. Dann sag nicht als wie du. Doch. Ich muss doch lustig sein. Mann Kai, ey, du Mongo. Tschüss, du Mongo. Sagt der Mongo. Sagt der Mongola. Hä, ich hab gedacht, die Mongolen, die sind nicht mongolisch. Die sind lila. Ich weiß, dass die lila sind. Ja. Die haben auch gelbe Pferde. Cool. So. Ah, hast du gesagt. Verpiss dich. Weißt du dich? Ihr, ihr, ihr. Minecraft-Blum. Oh, ich brauch kein Mensch. Blumen, Blumen, weg mit den Blumen. So. Ähm, wie, wie bindeln wir die, wie kriegen wir die Energie rüber? Das ist ganz einfach. Oh, ich mach mal was anderes. Und zwar, ich nehm zwei... Wenn wir die Steckdose anschließen. Ich kann ja nicht von mir auch auf die Kiste zugreifen. Ich mach so oder so. Oder so. Hallo? Oh. Oh, davon brauch ich mehreren. Oh. Opsala. Ich glaub... Oh. Jetzt kann ich, glaub ich, so machen. Und welche Farbe will ich denn noch? Ich nehm blau. Blau, sie toll ist. Also welche Farbe nehm ich? Blau, lila, pink, schwarz, grün. Cyan. Was kommt aus? Hellblau. Weiß. So, und so. Die Farben sind egal, mein ich. Das ist dann einfach nur, wie der später aussieht. Und jetzt hab ich den hier. Der so rum geht auch, mein ich. Aber so, ja. Ich mach dem Chris auch mal ein, sonst wird der wieder beleidigt. Ja, Mann. Ich muss Steins noch klauen, Junge. Welche Farbe willst du, hellblau und? Pink. Pink, okay. Oder zweimal pink, also doppelt pink. Dreimal pink. Okay, pink. Nur pink. Eißer. So, Chris. Wo bist du? Hab mich versteckt. Ah, hier. Mein eigener Zauberstab. Ja, aber der Kall. Warum ist da immer grün dabei, Kall? Kannst du mir das sagen? Das ist, wenn du den Bind-Mode anhast. Das ist eigentlich eher wie eine Ranch. In dem Mod. Achso. Okay. So. Ähm. Ja. Den wollte ich einfach jetzt machen. Und das, was wir brauchen, ist ein Zombie. Ich könnte langwarten, bis ich sage, was ihr braucht. Ich werde es nie verraten. Noch weiter. Mana Manipulation. Mana Spreader. Oh nein, Chris, ich werde angegriffen. Gerbe. Geländisch. Bitte. Oh, ich habe eine Karate bekommen. Äh, Dayblooms. Produzieren übrigens Mana aus Sonnenenergie. Okay. Oh, wir haben kein Gold, oder? Ach, sieben Stück. Sicher? Wo ist mein Gold? In meiner Hose. Hast du es echt dabei? Nein. Würde ich mit sieben Gold bei mir? Keine Ahnung, du bist Christian, die würde ich alles zutrauen. Ich weiß nicht. Sieben Gold? Ja, mit sieben Gold machen würde ich erst mal... Wie echt Gold? Doch, Daumen. Uh. Einen brauche ich. So, habe ich doch gesagt, du hast mir wieder nicht geglaubt, ey. Jetzt wird gekraftet? Nein, mein Gott. Diese Krafter. Sie werden was Gutes. Für die Welt, sagen sie. Für die Welt, sagen sie. Das ist auch wieder egal, was für eine Farbe man liebt. Ich stelle es jetzt hier hin. Ich könnte es auch hier hin, aber ich würde es jetzt hier hin. So. So. Und ich habe da mal was vorbereitet. Jetzt kann man hier sehen. Die hier greifen auf den zu, weil der ist markiert. Wenn ich die angucke, ist der hier markiert. Wenn ich die angucke, ist der hier markiert. Und siehst du, okay, die sind verbunden. Ich kann theoretisch auch das manuell machen. Und kann jetzt sagen, die mit dem hier. Und es geht auch hier sozusagen. Ich packe jetzt die mit dem hier oder so. Aber ich sehe ja, dass sie verbunden sind. Ich sehe ja, dass der markiert ist. Ich gehe mal aus dem Bald-Mode raus. Wenn ich jetzt... Oh, okay. So. Hier ist der Mana-Spurter. Und wenn die Leiste einen bestimmten Bereich erreicht hat, dann schießt der das in den Mana-Pool. Wenn jetzt... Der kann auch... Der muss nicht gerade stehen. Der kann auch so schräg stehen. Hier zum Beispiel. Und dann kann man hier mit Bind-Mode den praktisch so anklicken. Mit Rechtsklick. Und dann klickt man rechtsklick auf den Pool. Und dann richtet der sich auf den Pool aus. Das mache ich hier nicht, weil... Theoretisch könnte ich das hier zeigen. Aber dann guckt der so leicht nach unten. Und das mag ich nicht. Ich lasse den jetzt einfach so stehen. Guck, hier hat man es eben gesehen. Das war... Ich hoffe, es regnet. Warum regnet es hier nicht? Hier ist Savanne. Komm mit, Chris. Nein, du lachst mir nicht in Ruhe. Vor unserer Haustür regnet es, ne? Aber hier nicht. Du musst praktisch durch einen Block Regen laufen. Theoretisch. Praktisch kommt so ein Kai. Der nimmt so ein bisschen Erde. Und macht dann so einfach, weil ich es kann. Und gerade Lust drauf hat. Und auf einmal... Ist ja immer noch ein Block Regen. Halt es mehrere Blöcke an. Miete. Ich bin so ein Luke. So. Mir schadet es da. Und auf einmal ist der Regen weg. Ja. Man kann einfach durchlaufen. So. Ist Tag gerade, ne? Halt. Gern hier noch ein bisschen Erde ab. Abgrasen! Grasen! Da kann man hier so besser laufen. Macht die Erde. Krass, krass. Was macht die Erde im Gras? Mäh. Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Warum macht die Mäh? Geht das überhaupt obendrauf? Ich meine nicht. Kaputt. Warum soll das Gras nicht Mäh machen? Hier könnte es 200... Oh, ich könnte mal F7 ausmachen. Dann habe ich mehr FPS. F7 heißt bei F7. Cool. So. Gut. Ähm. Den haben wir gemacht. Und der... Hier sammelt sich Mana. Und wir brauchen... Ein Mana-Pool. Yay! Und jetzt gucken wir... Oh, es geht schon. Ich werfe den jetzt hier rein. Und jetzt habe ich... Einen... Besseren Mana-Pool. Yay! Ich habe... Du bist überhaupt Feuerwerk. Weißt du überhaupt, was ich gemacht habe, Chris? Nein. Ich habe gewartet, bis ich ein bisschen Mana habe. Und dann habe ich einen Mana-Pool gecraftet. Und in den Mana-Pool geworfen mit Mana drin. Und dann habe ich einen besseren Mana-Pool bekommen. Und habe den alten abgebaut und den neuen hingebaut. Jetzt kann man theoretisch den alten Mana-Pool hier reinwerfen, wenn hier genug Mana drin ist. Und dann kriegt man wieder einen besseren. Und ob genug Mana drin ist, seht ihr bei... Äh... Seht ihr immer, ob da so ein Haken ist bei diesem Pfeil. Wartet. Hier. Jetzt zum Beispiel ist hier ein Kreuz. Das heißt... Nein, du darfst hier nichts reinwerfen. Also doch. Also wenn ich es draufwerfen würde, würde einfach nichts passieren. Weil halt zu wenig Mana drin ist. Ist ja klar. Nicht? Oh, eben kam Mana-Burst. Cool. So. Theoretisch könnten wir uns schon Rüstung machen. Praktisch würde das aber ewig dauern. Weil unsere Mana-Produktion von Arsch ist. Das heißt, für den Anfang könnten wir uns halt mal bessere von diesen Blumen hier anschaffen. Man aktualisiert immer die Pflanzen, wenn man so rechts liegt, drauf macht und immer die Dinger hier. Und dann sieht man immer, was da gerade für ein Mana-Stand ist. Von dem Anfang würde ich sagen, reicht es einfach mehr von denen zu bauen, von den Day-Blooms. Weil, ganz ehrlich, ist der Anfang, ist halt so, ne? Keil Anfang. Ich könnte jetzt auch in irgendwelche andere Blumen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß noch nicht, wie ich weitermachen soll mit welchen. Weil es gibt halt so viele verschiedene. Naja, das ist so eine Sache, ne? Welche nimmt man jetzt am besten? Ja, die, wo man meist trinkt. Ja, aber die kosten halt. Alle kosten. Aber nicht die Blume kostet viel, sondern sie verschlingt. Und die Day-Bloom verschlingt halt Sonne. Heißt das dann, dass unsere Sonne irgendwann um wird? Das heißt, dass es auch Blumen gibt, die zum Beispiel Lava oder sowas fressen. Aber die bringen auch nicht sehr viel. Weil Lava halt eine relativ einfach zu bekommene Ressource ist. Welchen Universum? In Minecraft. Ja. Oh, okay. Jetzt habe ich es verstanden. Ich brauche mehr Holz. Ich brauche Holz. Holz brauche ich. Ich brauche Holz. Ja, wir könnten halt einfach warten oder was weiß ich was mitmachen. Aber ich brauche, um mehr zu bekommen, brauche ich erstmal gelbe Blumen. Gelbe Blumen. Wenn du gelbe Blumen findest, die nicht vom Original Minecraft sind, sagst du bitte Bescheid. Chris, um nimmst du mit. Oder nimmst du einfach mit. Wie denn? Ich glaube, du nix seit. Geh hier im Bau. Oh nein, Chris, geh nicht in den Bau. Hallo? Oh mein, ich glaube, er hasst mich. Nee, ich habe gerade nur den Mund voll. Ach so. Ich bin ganz schade. Ja man, ich habe gerade Hunger, tut mir leid. Passiert, passiert. Ich wüsste bloß gern, wo ich gelbe Blumen herkriege. Ich brauche gelbe Blumen. Oh man. Lassen Sie mich in Ruhe. Oh, eine Note. Oh, eine Note. Aura Note. I noticed. Ja, schlechter Wortwitz. Ha, 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 ha. Egal. Jetzt komm raus. Ja. Wuh. Also haben sie sich totgelacht. Weiter geht's. Erstmal was essen. Nicht Chris, ja. Wuh. Aua. Ich würde gerne das jetzt überspulen. Und dann am Ziel angekommen. In 10 Milliarden Geschwindigkeit Superspeed düst er durch die Wüste und findet keine gelben Blumen, die nicht aus dem Original in Minecraft stammen. Yo. Yo, yo, let's go. Aha. Yo, yo, let's go. Kennst du Minecraft? Was ist so ein komisches Spiel? Mit Blöcken. Mit Blöcken. Voll dieses doofes Spiel, ey. Ja, das hab ich mal gespielt, das ist voll scheiße. Ich hab da mal was gehört und alle sagen, dass ich irgendwie... Ja, ne? Ja, hab ich auch gehört. Toll. Weil Leute, ne? Leute, ja. Die wären's. Versteht man. Aber dann, dann, dann... Kennst du so Creeper, die sich so in Lava stürzen? Ja, die nennen auch Suizid-Creeper. Die wollen halt einfach nicht explodieren. Was will man machen? Die wollen halt einen anderen Tod finden. Oh mein Gott, ich hab's nicht gefunden. Bevor ich die Folge verändere, muss ich finden, da oben. Ich muss kriegen haben, meins. Was ist das? Das ist eine Blume. Eine Blume, die leuchtet. Eine Blume, die anders denken, der Blumenmarkt ist eine gute Blume. Nein. Komm schon, du schaffst es. Oh. Der Blume, die andere Blumen mag, ist eine gute Blume. Nein, Christ. Nein, zerstört nicht die Welt. Eine Blume, eine andere Blume, ist gleich eine Blume. Vier Blumen. Fünf, sieben, acht. Jetzt bin ich kaputt. Hä, wie kann man zwei und drei Blumen zusammenzählen? Irgendwie muss die 29 ergeben. Ja. So. Da sind noch mehr gelbe Blumen. Aber sie sind so weit weg. Da ist er. Oh, da, da ist. Da ist, da ist. Da, da ist gelbe Blume. Gelbe Blume, mein. 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 Dem Opa. Gib mir, gib mir, gib mir Blume. Komm her. Gib mir, gib mir. Blume, gib mir Blume, Blume. Ja, ihr seid alle mir. Leichtgrauer habe ich auch fast keine. Das ist mir, ähm. Alle. Sie meint immer gut mit so doppelten Blumen, ja. Und dann kommt da nichts mehr aus. Vollig scheiße, Junge. Wuhu, cool. Es brennt. Chris, ich habe ein Leuchtfeuer angezündet. Rette mich. Ich weiß noch nicht mal, wo das ist. Soll ich dich dann retten? Warte, ich helfe dir beim retten. Äh, äh. So, jetzt kannst du mich retten. Ich bin zu Hause. Kai, du musst mir mal wieder mein Holz geben, was ich dir vorhin gegeben habe. Bitte. Hier. Das ist Akazin, übrigens. Hier. Danke schön. Und das war's dann für die Folge, damit ich sage Tschüss, um mich zuerst mal. Tschüss. Tschüss.